Hallo und willkommen bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe von Lavera was zugeschickt bekommen und das habe ich auch schon getestet. Und ihr seht ja, ich sehe so ein bisschen unterschiedlich aus und ich werde euch gleich mal berichten. Also ich habe ja schon mal ein Lavera Video gemacht, da bin ich einfach losgetigert. Bei dm gab es dann Lavera, ach dm, ne? Oder was weiß man? Ne, ich glaube bei dm gibt es nur Lavera, also bei mir jedenfalls. Und habe mir dann so Lavera Sachen gekauft, einfach nur weil ich das testen wollte. Und hauptsächlich ging es damals um dieses Produkt und dann habe ich halt noch was mitgenommen. Habe so viel mitgenommen, dass ich daraus ein Video machen konnte. Und dann habe ich das Video natürlich veröffentlicht gemacht, gemacht getan. Und ich glaube, das ist auch ganz gut angekommen. So, das hat wohl Lavera gesehen. Jedenfalls haben die mich dann angeschrieben und haben gesagt, sag mal, möchtest du nicht mal diese Mascara testen? Und da habe ich gesagt, joa, joa, kann ich machen. Und ich glaube, die wollten gar nicht so viel von mir. Die wollten nur, dass ich die Mascara teste. Und da habe ich dann gesagt, ach schick mir doch ein bisschen mehr, dann mache ich ein ganzes Video. Weil ich habe noch nicht alles. Ein paar Sachen könnte ich noch gebrauchen. Zum Beispiel die Foundation, die kenne ich noch nicht und so weiter. Und das interessiert bestimmt meine Follower auch, wie die Sachen so sind. Und da haben die ganz lieb geantwortet, ja klar, machen wir. Und dann haben die mir was zugeschickt. So, und das zeige ich euch jetzt erstmal. Ja, also daraus kann man natürlich ein Video machen. Und wie ihr seht, habe ich mich ja schon so ein bisschen geschminkt. So halbwegs. Und jetzt möchte ich euch einfach nur mal so ein bisschen berichten über die Sachen, wie die so sind. Natürlich immer eine ehrliche Meinung. Auch wenn mir was zugeschickt wird, könnt ihr euch immer auf meine Loyalität euch gegenüber verlassen. Ich werde euch gegenüber ehrlich sein. Und das wird Lavera auch gleich hören. Spannung. Ja, ich habe als allererstes die Foundation ausprobiert. Ich dachte erst, sie ist ein bisschen dunkel. Aber ihr seht ja schon auf der Seite. Es geht, es geht. Sie ist gar nicht so dunkel. Und ich habe sie einmal aufgetragen. Ich habe sie nicht so onto Taxem. Und ich will ja auch nochmal Marianne. Ich habe sie nicht sokenntlich. Und ich habe sie wichtig. Ich habe sie nur ein paar minutes 에ggen. Dann habe ich mir gedacht, es könnte ja spannend sein, wenn ich das dazu hole und ihr für euch dann vielleicht mal schauen könnt, welches Produkt gefällt mir besser. Nämlich jetzt die Creme Foundation, nämlich diese Foundation, die kannte ich ja auch gar nicht, die hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Wie ist das Produkt so? Es lässt sich sehr gut auftragen, krabbelt natürlich nicht in die Falten und von den Inhaltsstoffen, da werde ich euch auch immer mal was reinsetzen, wie die so sind. Weil ich weiß, Lavera ist ja Naturkosmetik und die legen da großen Wert drauf und oft ist es so in der Naturkosmetik, dass man dann Abstriche machen muss. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Abstriche gemacht bei Lavera und das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Ich kann mich damit ganz toll schminken, ohne dass ich das Gefühl habe, ich habe Naturkosmetik. Ich finde, sehr schönes Preis-Leistungs-Verhältnis, auch ganz normale Schminke mit tollen Inhaltsstoffen. Und das hat mich letztendlich überzeugt und ihr könnt ja mal schauen, ob ihr jetzt für euch entscheiden könntet, welches Produkt euch lieber ist. Und das hat mich letztendlich gesehen. Ja, also getestet sehr gut, beide gefallen mir sehr gut, auch die Foundation finde ich klasse, die würde ich auch tatsache jeden Tag benutzen, weil die auch nicht so glänzt, mag ich. Dann habe ich aber auch natürlich das Puder dann getestet und da ist mir aufgefallen, ich brauche noch was, ich habe noch kein Concealer. Ich habe dann überbrückt mit diesem Concealer hier, weil den hatte ich hier gerade griffbereit, das ist der von Catrice und wollte einfach mal schauen, wie macht sich das Puder auf der Foundation. Die Seite habe ich nicht abgepudert, weil es ist eine Puder-Foundation, brauche ich nicht abpudern. Aber die Foundation habe ich abgepudert, ist übrigens eine Hyaluron-Liquid-Foundation. Ja, und ich finde, das sieht so natürlich und so schön aus, also besser geht es ja fast gar nicht. Ganz tolles Puder habe ich dann nachher hier auch aufgetragen und ich kann nichts Negatives feststellen. Nein, überhaupt nicht, also es krabbelt nicht in die Falten, es sieht nicht irgendwie zu gepudert aus, gar nicht. Inhaltsstoffe werde ich mir gleich nochmal anschauen, würde mich mal sehr interessieren, ob hier Teig mit drin ist, werde ich euch dann auf jeden Fall berichten. Von der Art her, vom Puder her, ist das ein helles Puder, mag ich normalerweise nicht so gerne, allerdings finde ich, es hat einen schönen Porzellan-Effekt. Also es hat ein richtig schönes Finish, sieht sehr schön aus, überhaupt nicht irgendwie komisch oder so. Wie gesagt, ich mag das ganz oft nicht, ich mag lieber so Hautfarben, aber das finde ich tatsächlich gut. Ich habe mehrere Puder da, die ich mal getestet habe und immer dann verglichen habe mit dem Zauberpuder. Jetzt fragt ihr bestimmt, die Frage kommt dann oft, weil ich ja immer Zauberpuder nehme, ob das jetzt besser ist wie das Zauberpuder. Aber ehrlich gesagt ist das schwierig zu vergleichen, weil das hier ein anderes Produkt ist. Ich finde auch das Zauberpuder total toll und Lavera finde ich auch toll. Ich würde sagen, die sind beide gleich gut. Also da kann ich jetzt nicht so einen riesengroßen Unterschied erkennen oder mag jetzt eins total lieber. Also Lavera finde ich auch echt sehr schön. So erster Eindruck, first impression natürlich. Mal schauen, wie sich das so über den Tag macht. So erster Eindruck hat, wie sich das so über den Tag macht. Was habe ich dann gemacht? Jetzt muss ich mal überlegen, habe ich dann erst die Augenbrauen oder erst die Lidschattenbees? Jetzt weiß ich gerade nicht. Ich nehme mal die Augenbrauen. Also zu dem Augenbrauenprodukt habe ich schon mal, wie gesagt, ich habe schon ein Video gemacht, wenn euch jetzt hier was nicht so einleuchtend ist oder nicht gut genug erklärt ist. Ich habe natürlich in den Vordergrund gestellt, die Sachen, die neu sind und die etwas älteren Sachen, die habe ich jetzt nicht. Den habe ich mir mal selber gekauft und da war ich eben richtig genervt, richtig genervt. Guck mal, wie klein der ist. Den habe ich erst zweimal benutzt. Der ist nicht klein benutzt, sondern klein angespitzt. Und zwar habe ich den mit so einem ganz normalen Anspitzer hier von Make-Up Coach angespitzt, angespitzt, angespitzt. Und jedes Mal habe ich das hier gehabt, dass eine Seite runter war und die andere Seite hoch. Ich habe es nicht hingekriegt. Und es liegt nicht am Anspitzer. Hier kommt der Zeuge. Es liegt nicht am Anspitzer. Den habe ich auch gerade angespitzt. Es hat mich ein bisschen geärgert. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum das so ist. Es ist ja eigentlich Quatsch. Also man kann das ja nicht so machen, dass das so ist. Aber es war halt so. Es hat mich geärgert. Dann ist er ein kleines bisschen zu dunkel und er ist wahnsinnig cremig, was wahrscheinlich die meisten toll finden. Aber ich mag nicht ganz so gerne so cremige Stifte als Augenbrauenstift, weil es ist immer so doll dann gleich. Ich mag immer gerne, wenn die so ein bisschen zurückhaltender sind. Aber wie gesagt, ist halt auch so ein bisschen die Farbe ist ein bisschen sehr dunkel. Aber ansonsten hält auch den ganzen Tag. Weiß ich ja vom letzten Mal. Dann habe ich eine Lidschatten Base. Wui, das ist ja meins. Das habe ich nicht bestellt. Darüber haben wir nicht gesprochen. Das haben sie mit reingelegt. Vielen Dank. Ganz süß. Ich teste sowas ja sehr, sehr gerne. Und ich bin selber gespannt. Auf der Seite habe ich eine Lidschatten Base. Auf der Seite nicht. Das Auge sieht jetzt aber komisch aus, weil ich nur da Mascara drauf habe. Also ich mache gleich nochmal hier Mascara. Dann sehe ich auch gleich aus. Und ich bin sehr gespannt, ob man einen Unterschied sieht. Hier ist die Lidschatten Base drauf. Und hier ist sie nicht. Könnt ihr mal schauen. Eben gerade aufgetragen. Und das gucke ich mir natürlich auch noch so ein bisschen so abends nochmal an. Gibt es einen Unterschied oder nicht. Von der Art hier ist die Lidschatten Base. Die Lidschatten Base leider durchsichtig. Das fand ich so ein bisschen schade. Aber sie fühlt sich sehr, sehr Feuchtigkeitsspenden an. Hier ist sie. Ich bin schon ganz voll gemeint, weil ich schon alles Mögliche hier ausprobiert habe. Ne, das ist doch. Ich mache das mal hier. Guck mal. Hier die Lidschatten Base. Die ist sehr, sehr Feuchtigkeitsspenden. Das hat mir sehr gut gefallen. Darf man nicht so viel drauf machen. Die ist sehr, sehr ergiebig. Und dann wird die natürlich so ein bisschen sticky nachher. Das heißt, die trocknet dann so ein bisschen an und hält den Lidschatten fest. Sehr cremig, sehr gut. Ich hätte sie gerne so ein bisschen farbig gehabt. Das wäre jetzt so mein persönlicher Wunsch. Weil ich ja immer gerne die blauen Äderchen mit abdecke. Aber gut, nun ist sie durchsichtig. Mal schauen. Wenn sie was kann, ist das auch völlig okay. Weil man ja sowieso Lidschatten drauf macht. Und wenn sie den Lidschatten gut festhält und den ganzen Tag, dann ist das auch okay. Ich brauche nicht immer eine Lidschatten Base. Kommt immer ganz drauf an, was ich gerade für Produkte drauf habe. Mal schauen, ob das einen Unterschied macht. Ich bin gespannt. Von der Farbe her ist nicht viel. Aber ist ja klar, sie ist ja auch durchsichtig. Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt weiß ich gerade nicht. Ich glaube, dann habe ich die Lippen gemacht. Dann habe ich diesen Stift einmal rauf gemacht. Einfach so pur. Und dann habe ich meinen Stift dazu genommen. Den habe ich mir ja schon mal gekauft und auch angespitzt. Es ging gut. Ja. Habe ich gerade drauf und finde ich wunderschön. Habe noch eine andere Farbe. Einmal im Vergleich. Diese beiden Farben habe ich und beide sind wunderschön. Sind pflegende Produkte. Und also die bleiben jetzt nicht den ganzen Tag drauf. Aber sie sind sehr, sehr pflegend. Kann man ja dann auch mitnehmen in die Handtasche. Und ich mag, das ist so ein schönen, natürlichen, rosa, pink, peach. Mag ich total gerne. Also da würde ich alle benutzen. Würde ich alle nehmen. Ja. Genau. Dann jetzt muss ich mir erst mal überlegen, in welche Reihenfolge ich das gemacht habe. Dann habe ich mir ganz schnell Rouge aufgetragen. Das hier. Dann habe ich ein bisschen Bronzer darüber gemacht, damit ich so allgemein so ein bisschen frischer aussehe. Das, wie gesagt, zeige ich in dem anderen Video. Schaut euch das gerne nochmal an. Und dann habe ich hier den Highlighter aufgetragen. Und der hat mir auch sehr gut gefallen. Ist zwar an sich nicht unbedingt meine Farbe. Ich nehme lieber goldigere. Vielleicht finde ich da ja nochmal einen. Ich muss auch mal zu Lavera. Ich muss auch mal gucken. Ich würde gerne mal so einen goldenen haben. Das ist ein Champagnerton. Ist eigentlich nicht meins. Weiß aber natürlich keiner. Das weiß ja nur ich, dass ich lieber goldene Töne mag. So wie auf den Augen. Aber es geht ja darum, den Highlighter zu beurteilen. Wie ist der ganz normale Highlighter? Ganz toll. Also er sieht sehr, sehr schön aus. Er hat keine krassen Glitzerartikel, sondern er hat so einen leichten Schimmer. Einen sehr schönen. Moment. Es juckt gerade. Er hat einen schönen, natürlichen Schimmer. Und ich finde ihn unheimlich hübsch auf der Wange. Also sieht richtig toll aus. Ist nicht jetzt so, oh, guck mal Highlighter. Sondern so, oh, die sieht aber gut aus. Die sieht aber gut aus. Macht irgendwie jünger, oder? Habe ich so das Gefühl. Ich finde, die Nase sieht jünger aus auf jeden Fall. Ja, gefällt mir sehr gut. Also sehr schöner Highlighter. Wie gesagt, ich betone das immer, weil das ist Naturkosmetik. Da war ich schon sehr, sehr, sehr oft echt enttäuscht. Und bei Lavera bin ich, das ist so meins. Muss ich ehrlich sagen. Dann habe ich zweimal Lidschatten. Und da kommt jetzt halt der Test. Einmal mit Lidschatten bis einmal ohne. Und das können wir dann abends nochmal beurteilen. Bis zum nächsten Mal. 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 an. Die haben doch da so einen schönen weinroten, so einen bierigen, habe ich beim letzten Mal gesehen. Ja, ich glaube, wenn ich da mal wieder bin auf der Ecke, das ist nur ein einziger DM, der Lavera-Produkte hat bei mir. Und da würde ich mir dann vielleicht nochmal einen Concealer mitnehmen oder so. Mal schauen. Also, ich bin angenehm überrascht. Tolle, tolle Sachen. So, ich sage Tschüss. Danke, dass ihr da wart und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, es ist jetzt 18 Uhr und ich wollte euch mal meine Augen zeigen. Also, das ist mit Lidschattenbass und das ist ohne Lidschattenbass und ich mache jetzt mal ganz stramme Augen. Jetzt ist nämlich noch Tageslicht. Vielleicht kann man das ganz gut sehen. So ist das Rouge und so sieht das jetzt aus. Nach ganz vielen Stunden. Mal kurz überlegen, jetzt ist es 18 Uhr. Ich glaube um 10 habe ich mich geschminkt ungefähr. Also, nach 8 Stunden sehe ich immer noch gut aus und das hat sehr lange gehalten. Tschüss. 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 Tschüss.